Das, wo, wo seid ihr denn hin? Wartet auf mich. Wir müssen ihn verarzten. Genau. Oder? Nee, der bleibt jetzt da liegen, oder? Nee. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hey, geile Graffitis. Nee, nicht wirklich Graffitis. Whoops. So, Exit. Ja, raus aus dem Level. Hey, blockt mich doch nicht alles so jetzt. Hey. Das ist hier zu ungeschützt, Mann. Man kann... Wow, 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 wow. Ja, das nenne ich mal super Deckungsarbeit, was ihr da macht. Ich stehe da mitten im Feld, die kommen rein und ihr, äh, 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 was, du Gegner, äh, 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 keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Ja, lass uns einfach mal hochgehen, mach mal die Tür auf. Ja, gebt mir halt ein Scharfschützengewehr, dann ist das Ding gelaufen. Für den Kollegen da. Hey. Wo denn? Ja, was soll ich jetzt machen? Der schiebt mich voll raus. Wir locken ihn raus. Ich mach dat. Da hinten ist er, da wette ich wat. Hallo. Hey. Da blockt er mich einfach mal voll für'n Arsch. Ich bin da. Weiter. Ich muss mich hinlegen. Wie lege ich mich hin? An die Wand. Black, warte bis wir in Position sind. Okay. Keine Gruppchen bilden. Weiter jetzt. Ja, da macht mal. Reden mit mir, siehst du was? All klar. Ich seh gar nix. Was soll ich denn sehen? Und vor allem, wie soll ich mit dir reden, Kollege? Move, move. Go. Okay, jetzt liege ich, okay. Hallo, hallo. Au, der hat mir ein Zeh geschossen. Glaube ich zumindest. Der muss doch hier irgendwo sein. Wo? Er hat sie verkrochen. Unsere Deckung verabschiedet sich. Wat für'n Ding! Ich bin bloß falsche Taste gekommen und... Äh, tot. Mann, deswegen hat man im echten Krieg keine Tastatur. Ah! Damn! Oh, so Penis. Kann ich mich da nochmal so entlang... Oh! Nochmal so entlang schleichen, ja. Auf geht er, komm. Ich laufe gleich vor, ist mir egal. Ich warte. Hey! Guck, guck. Hey! Guck, guck. Hey! Guck, guck. Wir locken ihn raus. Ich warte. Hallo. 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 Ich geh gleich mal durch. Ich glaube, ich seh ihn. Nicht. Wat? Wieso steh ich denn auf? Ich hab doch nix gedrückt. Da! Ich hab doch keine Taste gedrückt. Warum sterbe ich? Hallo. Äh, Commander. Warum bin ich tot? Commander, please reply. What the fuck, man. Warum bin ich gestorben? Ich hab nix gedrückt. Ja, lass mich. Aus dem Weg jetzt. Kann man auf Ex durch, ja, jetzt habt ihr euch mal nicht so, zack, runter, diesmal, ich bleib' einfach liegen, die sollen den ausknipsen. Da schon wieder ist er aufgestanden, ihr habt nix gedrückt. Boah, warum, was ist los? Liebespiel, was willst du mir damit sagen? Wat soll dat? Ich darf nicht so weit alleine vorgehen, oder wat? Och. Ta, ta, ta. Komm, mach die Tür auf. Auf geht er, komm. Ich leg mich jetzt hier mal hin. Und dann, wie kann ich in die Hocke gehen? So, genau. Okay, auf geht er, komm. Ich hab eh nix gedrückt. Ich weiß nicht, warum er immer wieder aufsteht. Zack. Jetzt, gut. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo bist du, mein Sonnenschein? Ich suche dich. Pusten wir ihn weg, verstanden? Ja. Ich bin schon lange hier. Ich seh gar nix. Das ist ja das Problem. Wo ist denn der Affe? Oh, wir hauen einfach mal voll rein. Komm schon. Zeig dich, du Feigling. Ach ja. Wo? Gib mir die Panzerabwehr, genau. Hier bin ich. Oh. Junge. Äh, ja. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Wo ist er denn? In der Deckung. Während du schießt, pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. Drei. Zwei. Eins. Feuer frei. Zack. Ah, das war jetzt Zeitlupe. Wow. Die hat ja echt einen Wumms, Mann. Ich glaube, der ist down. Ja, der müsste down sein. Das war jetzt eine echt geile Aktion. Okay. Wir geben den Cheflins oder whatever Feuerschutz. Sieht alles sicher aus. Halt den Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Wo kommt denn jetzt die Sniper hier her? Äh, weil der, äh, hätte ich das vorher gewusst, dann... Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Nummero Uno. Watt, der steht immer noch. Oh, what. Oh, what. Oh, die treffen echt gut, muss ich mal sagen. Also, das ist ja mal voll krank jetzt hier. Von wo denn? Alter, unsere Deckung ist gleich weg. Knallt sie weg hier, die Schweine. Sind sie alle weg? Boah, ey, die Deckung ist total runtergenudelt. Die hätten uns fast weggeholt. Beziehungsweise mich. Die halten auch viel zu viel aus, Mann. Die sollten nach einem Schuss, sollten die down gehen. So sollte das laufen. Ja. Da, schon wieder. Schon wieder. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich sehe keine mehr. Ah, da hinten. Da ist er down. Da ist er down. Ich setze mich erstmal hin. Man, der Stuhl hält da aber viel aus. Das war ein Headshot. Oh, boah, boah, boah. Wo gehen wir denn hin? Ach, wir gehen wieder weg. Okay, andere Waffe wieder. Die M4 brauchen wir jetzt wieder. Ja. Wo geht das denn hin? Ach, Quatsch, ist ganz leicht. Hä, was? Was, was? Ach, das hätte ohne auch funktioniert. Hallo, habt ihr kein Mirror's Edge gezockt? Das ist ganz leicht. Sie kommen! Ich will hier weg! Oh mein Gott! Schizikowski. Oh, komm, jetzt sei doch nicht so ein lahm Arsch. Ist ja voll lahm. Quark. Quark. Ja, aber da runter springen, das können wir. In voller Montur. Und nochmal, yay! Der muss sich abrollen. Was für ein Homo. So, wo geht's jetzt hin? Ja, wie mache ich das? Ich spring drüber. Hahaha. Ich spring einfach drüber. Die Führung ist fit. Ihr solltet schleunigst da verschwinden. Vorübergehender Rückschlag. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Wir boxen uns durch. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir hier... Hä? Dankeschön! Jetzt rein in die Kirche. Ist das jetzt keine Kirche? Moschee. Nee, auch nicht. So. Was gibt's hier? Munition, ja. Wo haben wir Kontakt?